Also auf ihn trifft dieses alte Tante Jolisch Zitat Alles was ein Mann schöner ist als ein Aff ist Luxus, nicht zu. Ist das so das Zitat? Ist das richtig? Bitte? Ist das Zitat jetzt richtig? Tante Jolisch Zitat Alles was ein Mann schöner ist als ein Aff ist Luxus Ich glaube so geht das Zitat, oder? Jetzt hätte ich gerne einen Spruch von der Tante Jolisch Ja Fällt Ihnen einer ein? Was ein Mann schöner ist als ein Aff, das ist ein... Ein Krippe Uh-huh Uh-huh